Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community hier ist mal wieder euer Chrissy Schnissi und heute geht es wieder um ein kleines Tutorial was ich mit euch machen möchte. Ich befinde mich im aktuellen Beta-Branch, das hat aber nichts mit dem Tutorial zu tun, sondern nur zur Info, falls ihr hier im Spiel irgendwas seht, was ihr noch nicht kennt, liegt es daran, dass ich im aktuellen Beta-Branch bin, wie zum Beispiel das der Safe-S und Quick-Safe-Tutorial, also Tutorial heißt mein Safe-Game, dass das jetzt da ist. Nicht, dass es euch wundert, das ist hier tatsächlich Beta. So und worum geht es heute? Heute möchte ich mich mit euch über die Closed-Loop-Klimaanlage unterhalten. Closed-Loop-Klimaanlage heißt folgendes, normalerweise kennt ihr die Klimaanlagen, ja ich kann das ja mal kurz zeigen, ich bin jetzt hier im Creative-Modus, also kann ich euch hier ganz schnell etwas aufbauen. Da haben wir die Atmospherics und jeder von euch hat die Atmospherics schon mal gesehen. Gut, jetzt habe ich natürlich kein Licht an und das ist die Atmospherics, die kennt man. Das heißt, hier schicken wir irgendein Gas rein, hier kommt das Gas kalt wieder raus und hier muss die Klimaanlage irgendwas angeschlossen haben, damit sie funktioniert. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier ein Rohr dran und hänge da ein paar Radiatoren drauf, ja, mache da ein bisschen Gas rein und dann, solange wie dieses Gas hier vom Druck her höher ist, wie das hier vorne reingeht, wird sie es kühlen. Ja, und sie wird hier immer ein paar Mol reinschieben, wenn ihr hier nichts rein tut in dieses Rohr, dann wird sie was aus dem Gas nehmen, was ihr kühlen wollt. Ja, da könnt ihr also quasi in irgendeiner Ecke eures Raums einen Passiv-Vend machen, legt hier ein Rohr hin, hier Ausgang in irgendeine andere Ecke eures Raums und den Waste-Gas, den schickt ihr raus nach draußen, aber nicht als Passiv-Vend, sondern einfach hier nur das Rohr raus und draußen dann die Radiatoren an der Wand und dann kühlt das Ding euren Raum. Das ist jetzt prinzipiell nicht das Problem. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass die Klimaanlage, wenn sie denn mit voller Leistung läuft, mit ungefähr 6 Kilowatt Stromverbrauch zu Buche schlägt. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht so geil finden. Oh, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Und wir wollen natürlich ein bisschen Strom sparen und wir wollen natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir irgendwie so irgendwas basteln. Und dementsprechend habe ich euch heute mal, habe ich mal vor, euch die, ja, die Klimaanlage im Close-Loop-Verfahren zu zeigen. Ich mache es jetzt hier nochmal schnell, dass ihr wisst, worum es jetzt gerade ging, was ich euch gerade erzählt habe. So würde ja eure, nein Quatsch, da habe ich euch angelogen, so würde sie nicht aussehen. Eure Klimaanlage würde dann so aussehen, ja, und hier packen wir dann ein paar Radiatoren drauf, so, und dann würdet ihr damit quasi den Raum kühlen, ja, den Raum, der dann sich hier befinden würde. Also, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, so, hier wäre jetzt zum Beispiel euer Raum. So, ja, dann würde das so aussehen. Das heißt, ihr habt hier drinnen eure Klimaanlage, die kann auch draußen stehen, ist egal, solange wir diese Rohre halt nach innen gehen. Und dann läuft die und, ja, pumpt dann hier aus dem Raumgas hier etwas in dieses, äh, in dieses Rohr rein. Und dieses Rohr gibt die Wärme dann an die Umgebung ab und die Klimaanlage kühlt den Raum. Das macht sie sehr gut, ja, also es funktioniert echt tadellos. Aber, das hat wie gesagt einen Nachteil, diese Klimaanlage wird dann etwa, ja, wie sagt man, Strom verbrauchen. Wir gucken uns mal den Strom an, damit wir mal den Vergleich haben. Ich baue jetzt hier mal einen RTG auf, das ist, äh, quasi eine Stromversorgung, äh, für, fürs, ähm, Creative-Spiel. Hat er natürlich jetzt wieder falsch gedreht, das Ding. Ach, dieses Spiel, ich liebe es, ich liebe es wirklich ohne Scheiß. Aber manchmal, ja, manchmal, aber nur manchmal, da haben, äh, die Programmierer ein bisschen Ärger. Wow, ihr macht mit uns hier, so. Okay, wir machen jetzt hier nochmal ein paar, das reicht ja soweit. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich mache mal hier die Scheibe weg, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Und ich brauche noch die Configuration-Card, damit ich euch was zeigen kann. Und ich bin natürlich vorbereitet, seht ihr ja, ne. Und natürlich auch, wir werden mal das Advanced-Tablet noch spawnen. Und wir werden mal noch eine nukleare Batterie spawnen, damit wir hier keine Energieprobleme haben. Ja, so. Das heißt, ich nehme mir mal das Tablet in der Hand, drücke R, packe hier die Batterie rein. Und schnappe mir hier das Ding. Und natürlich, wir müssen aus dem anderen Tablet noch den Atmospheric-Chip rausnehmen. Aber brauchen wir nicht, der ist, hier ist er. Atmospheric-Analyzer. Aber das sind die beiden Sachen, die ihr eigentlich braucht, ja. Atmospheric-Analyzer und Configuration. Diese sind natürlich, wie sagt man, nicht unbedingt Pflicht. Aber ihr könnt sie halt sehr gut am Anfang verwenden, ja, um da irgendwas mitzumachen. So. Jetzt gucken wir mal hier rein. In dem Rohr hier ist nichts drin. Muss ich natürlich wieder umschalten auf Atmospheric-Analyzer. Da seht ihr, hier ist nichts drin. Ja, so, alles ist gut. Und jetzt stellen wir das Ding mal runter auf volle Pulle, minus 200 Grad. Ja, also mehr kann sehr nicht. Da auch immer wieder der Hinweis, den man ganz oft in den Kommentaren liest. Die Leute sagen immer, ja, Chris, stell doch das auf 20 Grad. Dann hält deine Klima den Raum auf 20 Grad. Ja, das ist prinzipiell richtig. Aber die meiste Kühlleistung hat die Klimaanlage bei minus 200 Grad Einstellung. Damit auch den höchsten Stromverbrauch. Aber wenn wir das Ganze mit IC10 steuern, dann spielt sie eigentlich erst ihre Leistungswerte aus. Und das Problem oder der Trick dabei ist, dass die Klimaanlage mit bestimmten Rohr- und Drucktemperatur, also Drucktemperatur- und Rohrkombinationen, entsprechende Ausgangsleistungen generiert. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses Rohrende zu lang macht oder dieses Rohrende zu lang macht hier, dann wird die Klimaanlage nicht gut funktionieren. Ganz im Gegenteil, sie wird viel Strom verbrauchen und wird wenig kühlen. Und darum ist natürlich die Frage, wie können wir das umgehen? Und das machen wir mit einem Closed-Loop-System. Das bedeutet, dass wir nicht die Gase aus dem Raum ansaugen, durch die Klimaanlage jagen und wieder in den Raum reinführen, sondern dass wir ein geschlossenes System bauen. Wir bauen ein geschlossenes Klimasystem, wo keinerlei Gase entnommen werden. Es werden nur Initialgase reingetan beim Starten. Und ansonsten werden diese Gase quasi nicht entnommen, sondern die Kälte oder auch Wärme, denn dieses Closed-Loop-System kann Wärme und Kälte erzeugen, die nehmen wir über einen Heat-Exchanger ab. Wir gucken jetzt hier mal rein kurz, was die Klimaanlage macht. Und wir gucken mal, sie pumpt jetzt hier schon mal Gas rein, weil wir haben in diesem Rohr ja kein Gas gehabt. Das heißt, sie wird jetzt erstmal anfangen, hier Gas reinzupumpen. Und da geht jetzt die Post ab. Die Klimaanlage kühlt jetzt. Hier sehen wir natürlich jetzt keine Temperaturen, weil da hätte ich euch dann jetzt hier irgendwas hinbauen müssen. Aber wir sehen schon am Ausgang, die Klimaanlage kühlt hier. Seht ihr, die Temperatur fällt. Ja klar, die Temperatur fällt sowieso, weil jetzt draußen auch die Temperatur fällt. Aber könnt ihr mir glauben, die Temperatur da fällt dann jetzt. Jetzt pumpt er hier, wie gesagt, ein paar Mol rein und die benutzt er dann, um das Ganze zu kühlen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, Gucken wir uns mal die Daten der Klimaanlage an. Dann sehen wir, ja, 5 Watt, das ist ja erstmal gar nicht so schlimm. 5 Watt ist ja erstmal lächerlich. Das ist ja gar nicht groß das Problem. Das Problem dabei ist aber, dass wir hier natürlich jetzt ein kurzes Ende haben und hier ein kurzes Ende und hier ein kurzes Ende. Und damit die Klimaanlage eigentlich gar nicht so läuft, wie ihr sie normalerweise betreiben würdet. Gut. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr sie ganz normal betreibt, indem ihr damit zum Beispiel Gase kühlt, dann werdet ihr sehen, dass die bis zu 6 Kilowatt aufnehmen kann. Wir können ja hier nochmal gucken. Wir haben ja hier auch den Network Analyzer. Nehmen wir den mal raus hier. Gucken wir mal mit Network Analyzer. Huch, jetzt habe ich es weggepackt. Und da sehen wir, der Air Conditioner nimmt jetzt nur 5 Watt. Da denkt ihr euch, hm, 5 Watt ist ja nicht viel, kann ich ja so betreiben. Ja, jetzt haben wir hier nur 3 Rohre dran. Ja, wenn man jetzt die Rohre verändert, also die Rohrlängen verändert, dann werdet ihr sehen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so schön. Ja, wir machen jetzt mal hier ein paar Rohre dran. Oh, jetzt wird es natürlich duster, ist wieder top vorbereitet. Ja. Oh, jetzt haben wir hier ein paar Rohrennen dran gemacht. Und ihr seht schon, die Klimaanlage geht aus. Ja. Und warum geht sie aus? Weil, meine RTGs hier, ja, die da, können nur 1,8 kW liefern. Und die Klimaanlage möchte mehr als 1,8 kW haben. Ja, und dementsprechend läuft sie nicht. Wir können jetzt mal hier noch ein paar RTGs dazu machen. Wir machen das mal, wir bauen hier mal noch ein paar hin. Dann seht ihr, dann wird die Klimaanlage wieder funktionieren. Ja. Jedes RTG hat, weiß ich nicht, ein paar Watt. Ich weiß nicht, wie viel ihr jedes habt, aber 1,8 mal 3 könnt ihr euch ja selber ausrechnen. So, jetzt schließen wir hier ein paar RTGs an. Einfach mal zum Testen, um euch einfach mal zu zeigen, dass das, was der Chrissy euch erzählt hat, wahr ist. Das ist so eine Klimaanlage. Oh. Was ist jetzt passiert? Naja, was ist passiert? Die Klimaanlage braucht mehr als 5 kW, habe ich euch ja erzählt. Die braucht 6 kW, ja. Und dementsprechend könnt ihr die Klimaanlage schon gar nicht mehr mit den ganz normalen Kabeln betreiben. Ja. Das ist nämlich das Problem, was die normale Klimaanlage hat, dass sie so viel Strom verbraucht. Und da könnt ihr euch in euren Welten, die ihr da so baut, ganz, ganz große Fehler einbauen, weil euch dann die Leitungen in den Rohren, oder in den Rohren, sei schon, in den Wänden wahrscheinlich platzen. Und ihr dann gar nicht wisst, wo kommt denn das eigentlich her, warum ist es explodiert und wo ist es explodiert, ja. So, jetzt haben wir hier Heavy Cable und jetzt können wir mal gucken, was die jetzt frisst. 6 kW. Jetzt nimmt sie volle 6 kW auf und das ist natürlich nicht so geil. Ja, wir können ja nochmal gucken, schalten wir um hier auf den Device Configurator und da sehen wir, da steht hier Required Power 5. Das ist natürlich Quatsch, wissen wir, dass sie nicht 5 benutzt, ja, sondern sie nimmt 6 kW auf. Ja, das seht ihr hier mit dem Netzwerkanalyzer auf dem Kabel, seht ihr das? 6.000 Watt. So, 6.000 Watt wollen wir natürlich nicht haben, ist natürlich blöd, ja. Temperatur, alles klar, AC weckert es jetzt, wir lassen es mal. Und die 6.000 Watt wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen natürlich, dass das Ding einfach mal cool funktioniert, dass wir keinerlei großen Stromverbrauch haben und dass die Kühlleistung natürlich auch richtig krass ist. Ja, das wollen wir machen. Und deswegen bauen wir jetzt hier im Dunkeln und das ist nun mal so hier auf dieser Welt, bauen wir uns jetzt mal eine Closed Loop Anlage auf. Und bei der Closed Loop Anlage gibt es ein paar Sachen zu beachten, die werde ich dann auch ansprechen, wenn es soweit ist. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ihr das genau befolgt, was wir hier bauen, denn es gibt tatsächlich ein paar Fallstricke, ja, die wir beachten müssen. Wir werden jetzt hier mal die Sachen ein bisschen wegbauen hier, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Strom machen wir uns dann nachher nochmal neu, ja. Ja, jetzt bauen wir erstmal den grundlegenden Aufbau auf. Wir wollen ja einen Closed Loop haben. Und Closed Loop bedeutet, dass wir die Eingänge und die Ausgänge verbinden von Klimaanlagen und dass wir zwei verschiedene Typen von Klimaanlagen benutzen. Ja, also wir können das System so aufbauen, dass es extrem gut heizt oder wir können es so rum aufbauen, dass es extrem gut kühlt. Aber jede der beiden Arten, extrem gut kühlen und extrem gut heizen, hat ähnliche Funktionen wie die jeweils andere Version. Das bedeutet also, wir brauchen eigentlich nur eine aufbauen und können dann Wärme und Kälte entnehmen aus dem System. Ja. So, wir werden jetzt mal anfangen mit dem Aufbau, damit ich euch mal zeigen kann, wie das funktioniert. Ach Mann, jetzt habe ich den wieder weggenommen. So, naja, das ist ein bisschen tricky, dieses Kreativ Tool, deswegen, ja, gucken wir mal. So, als allererstes fangen wir mal an. Wir brauchen Atmospherics und zwar braucht ihr insgesamt fünf Stück für dieses Closed Loop System. Also, ihr könnt es auch mit dreien machen, aber ich sage euch, macht es mit fünf, dann habt ihr gleich eine richtige Anlage. Ja, so. Wichtig ist auch, Air Conditioner auswählen und nicht Filtration. Den Fehler macht der Chris hier auch immer gerne, kennt ihr ja. So, dann machen wir jetzt eins, zwei, drei, vier blaue, also merkt euch das einfach mal, vier blaue und eine rote und eine rote und diese rote, die muss andersrum stehen. Ja, die muss, also die anderen stehen jetzt alle so und die rote steht so rum. Ja, müsst ihr halt drauf achten, die steht andersrum. So, dann machen wir die mal blau, damit wir immer wissen, dass das die blauen sind, von denen ich rede. Die heißen nur blau, eigentlich sind das die kühlenden Klimaanlagen und die rote ist dann die heizende, aber das hat einen anderen Grund, warum die so animalt sind. Weil wir damit besser unterscheiden können, welche Klimaanlage was machen soll. Und ich glaube, der eine oder andere von euch hat schon grob eine Ahnung, was wir jetzt hier vorhaben und ich werde euch das jetzt mal zeigen, was wir vorhaben. Das ist eigentlich eine total geile Geschichte. Das Ganze wurde erfunden oder ausprobiert von einem YouTuber, ich glaube, der hieß Automated oder so. Und das wurde dann nochmal verfeinert von Elmo, Elmo kennt ihr ja auch, Elmo Furnace. Und auch der Cebulbar, das ist auch ein Stationiers YouTuber hier auf YouTube, der hat das noch ein bisschen verfeinert mit seinem Code und seinen Code werden wir heute auch vorstellen. Ja, weil ich den sehr geil finde, weil es funktioniert gut, der hat sich echt viele Gedanken gemacht. Und wie ich schon mal sage, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, wenn man etwas bauen will in Stationiers. Man kann natürlich vollkommen selbstständig Sachen bauen, das ist völlig gut, aber man kann auch mal Dinge ausprobieren von anderen und das machen wir heute mal. So, jetzt bauen wir das erstmal ein bisschen auf hier, das heißt, wir machen jetzt hier erstmal überall quasi ein Rohr dran an die Ausgänge, jeweils Eingänge, da machen wir jetzt erstmal überall ein Rohr dran. So, und jetzt ist wichtig zu wissen, auf welcher Seite wir jetzt stehen, um das Ganze zu betrachten. Im Prinzip ist der Strom der Molts, also der Gase, die wir zum Kühlkreislauf hinzufügen, das gibt nachher ein Kühlmittel, ja. Und ihr kühlt ja nicht eure Raumluft mit diesen ganzen Apparaten hier, sondern ihr kühlt ein Kühlmittel, ein Gas eurer Wahl. Ist natürlich sinnvoll, da X zu nehmen, weil X hat die besten Wärmeeigenschaften, Wasser wäre auch geil, aber Klimaanlagen mit Wasser gibt es leider noch nicht. Und deswegen werden wir einfach CO2 nehmen. Ich in dem Fall jetzt hier auf dem Mars werde einfach in dieser Welt hier euch hier Marsatmosphäre reinpumpen und Ende ist der Lack. Die Marsatmosphäre ist eigentlich schon ziemlich gut für sowas, also da könnt ihr schon mal gucken hier auf dem Mars habt ihr 94% CO2, das ist schon okay, sage ich mal. Ja, da könnt ihr schon, das könnt ihr so wie es ist eigentlich reinpumpen, ihr könnt natürlich auch X aus der Luft pumpen, dauert ewig, 0,6% dauert ewig. Ja, wir brauchen ungefähr 5 Megapaskal, deswegen das ist dann schon, ja, da müsst ihr schon ordentlich pumpen, deswegen nehmen wir einfach die Marsatmosphäre. Ja, man kann das alles optimieren, wie gesagt, mit entsprechenden Gasen, aber nehmt einfach die Marsatmosphäre und dann seid ihr am Anfang erstmal easy peasy. So, auf diese Rohre, diese Rohrennen, die wir jetzt haben, da packen wir drauf einen Pipe Analyzer. Und zwar geht es nämlich darum, dass die Anlage bestimmte Werte messen muss und diese Werte, oh jetzt habe ich die aufs schwarze Rohr gemacht, das ist natürlich Blödsinn, äh, aufs rote Rohr macht das Blödsinn. Äh, die Anlage braucht natürlich bestimmte Werte, sie muss etwas messen und immer am Ausgang, also immer da, wo die, äh, am Ausgang, am Eingang, da wo die Sachen quasi rauskommen. Ähm, nein, wartet, ich muss euch jetzt kurz, äh, anlügen hier, ähm, nein. Ich habe Belogen. Ne, 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 die müssen hier hin. Die müssen natürlich, ist ja logischerweise, müssen die am Ausgang, wir müssen ja etwas ermessen, äh, um darauf zu reagieren. Also müssen die, äh, Jungs hier auf die andere Seite, entschuldigt bitte. Es ist nicht, auch für mich nicht so ganz, äh, ähm, einfach, euch das jetzt so zu erklären, dass ihr im Prinzip auch versteht, was ich euch sagen will. Aber wir müssen nachher ein, eine Steuerung entwickeln, oder das machen die EC10-Chips, äh, die nachher später das Ganze steuern werden. Ja, und die brauchen Werte. Und zwar geht es darum, die Klimaanlage in einem Modus zu befahren, oder zu fahren, wo sie genau, äh, das, äh, macht, was wir wollen. Wenig Stromverbrauch und unfassbar geile Kühlleistung. Und ihr werdet lachen, diese fünf Klimaanlagen mit der ganzen Elektronik und allen Schnatter, der dabei ist, 2000 Watt. Ungefähr. Mit maximal möglicher Kühlleistung. 2,1, glaube ich, hat die Anlage nachher. Ja. Ja, also hier wird er richtig zu checkern, wenn er das nachbaut. Und habt ihr auch schon gesehen, bei den blauen, ja, am Ausgang der Pipe Analyzer, beim roten auch am Ausgang dem Pipe Analyzer. Ja, das ist ja hier die rote, die steht andersrum. Ja, seht ihr, die hat auch am Ausgang einen Pipe Analyzer. So. Als nächstes bauen wir an diese Pipe Analyzer eine Volumenpumpe. Volume Pump. Ja, die pumpt auch in diese Richtung, also nach draußen. Ja, also in diese Richtung pumpt die. Ja. Und auch hier an der heißen Seite gibt es eine Volumenpumpe, die muss auch rauspumpen. Ja, also das ist der Ausgang. Da könnt ihr auch, wenn ihr mit einer Maus drüber fahrt, da seht ihr, da steht Output. Ja, hier, Output steht da. Und am Ausgang der jeweiligen Klimaanlagen kommt erst ein Stück Rohr, dann ein Pipe Analyzer und darauf dann eine Volumenpumpe. Also, wenn ihr die Volumenpumpen jetzt schon habt hier, wenn ihr die also schon seht, dann könnt ihr die auch schon mal gleich auf 10 Liter einstellen. Jede auf 10 Liter. Das hat einen Grund. Die bleiben auf 10 Liter stehen. Und die werdet ihr nicht wieder anfassen. Ja, also alle auf 10 Liter stellen. Auch die hier auf 10 Liter stellen. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund, weil wir die Klimaanlagen halt in einen bestimmten Modus zwingen wollen, dass sie nämlich bestimmte Drücke und Molmengen an bestimmten Ausgängen zu bestimmten Ticks haben. Und damit sie Energie sparen und diese hohe Kühlleistung ausstoßen. Ja, so. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Und jetzt können wir hier schon mal die eine Seite können wir jetzt hier schon mal zumachen. Das heißt, wir nehmen jetzt ein paar Rohre und bauen hier schon mal alles rein. Wir machen mal das so, dann geht das schneller. So. Das ist schon unsere kalte Seite, die wir hier haben. Ja, da kommt jetzt gleich noch was dazu. Das machen wir gleich noch. Nämlich hier muss jetzt auch noch eine Volumenpumpe rein. Ja, da klauen wir uns jetzt hier einfach mal. Kopieren wir uns eine. Und diese Volumenpumpe zeigt in diese Richtung. Ja, die zeigen alle raus. Und die zeigt rein ins heiße Gerät. Und alle Pumpen, die rauskommen, stellt ihr händisch auf 10 Liter. Also hier ist der Ausgang. Raus. Und alle, die reingehen, stellt ihr auf 0. Richtig auf 0 drehen. Kontrollieren, dass sie auch auf 0 sind. Und wenn wir natürlich hier Pumpen haben, die reingehen und Pumpen haben, die rausgehen auf der heißen Seite, brauchen wir natürlich auf der kalten Seite auch Pumpen, die reingehen. Ist ja klar, wir brauchen hier auch Pumpen, die uns irgendwas reinpumpen. Also nehmen wir wieder das Ding ins, drehen die Pumpen um, stellen die hier, machen die hier dran. Stellen die reingehenden Pumpen auf 0. Ja, haben wir ja gesagt. Alles was reingeht, stellen wir auf 0. Alles was rausgeht, auf 10 Liter. Und wir sind auch mit der heißen Seite schon fertig. Das heißt, wir können jetzt hier easy peasy, wie ich schon mal so schön sage, können wir auch die heiße Seite schon verbauen. Ja, wenn ich Chrissy immer die richtigen Dinger hier finden würde, wäre das easy kein Ding. So, die können wir jetzt hier so umdrehen. So, das ist unsere heiße Seite hier. So, was wir jetzt noch brauchen, ist auf der heißen und der kalten Seite ein Pipe Analyzer. Denn diese Gesamt-Rohr-Geschichte müssen wir messen, damit wir wissen, wie viel Mol hier drin sind. Denn die Automation versucht nachher, den Mol-Count, also die Anzahl der Mols, die sich in den Rohrsystemen befindet, auszugleichen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel auf der heißen Seite, und das ist die Seite, die wir befüllen werden, wenn wir die befüllen mit 5 Megapaskal, dann wird die Anlage über die Zeit die Mol von der heißen Seite rüberpumpen auf die kalte Seite. Die blauen machen das, und die rote pumpt die Mol wieder zurück. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir müssen hier natürlich die Ausgänge noch anschließen, zeige ich euch gleich noch, machen wir auch noch. Aber das ist eigentlich easy peasy. Also wir werden jetzt mal hier jetzt schnell noch die blaue Seite anschließen, und zwar die blauen kommen hier einfach mit dran. Zeige ich euch hier. Die blauen kommen mit auf die heiße Seite. Also die Vasegas-Output der blauen Seite. Ich werde es gleich noch anmalen, dann seht ihr es besser. Ich male es euch gleich noch an. Also das sind die blauen, die landen auf der heißen Seite. Und ihr dürft auch nicht vergessen, die alle anzuschließen. Und die rote, na, wo kommt die rote hin? Richtig, die rote kommt auf die blaue Seite. Also der rote Vasegas-Output kommt auf die blaue Seite. So, und jetzt werden wir das Ganze mal pinseln hier, damit ihr jetzt wirklich mal auch mal versteht, was ich hier von rot und blau immer erzähle. Es gibt ja rote und blaue Klimaanlagen, und es gibt rote und blaue Rohre. Also das ist hier die blaue Seite. Das heißt, nein, bitte auslassen. Das hier sind die blauen. Hier wird nachher... Aha. Genau. Hier wird nachher dann die Kälte erzeugt. Naja. Ich mit dem Malern hatte ich es noch nie so. Wir malern, wir pinseln die jetzt mal schnell an hier. In der Zeit könnte ja mal schnell ein Rauchen gehen. Ne, ich beeile mich, ich beeile mich. Oh, äh, ja. Ne, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mir nochmal eine blaue Kanne holen. So, ja, ich weiß, man könnte jetzt 20 Rohre nehmen. Diese 20 Rohre einmal mit einem blauen Farbsprüher quasi blau machen. Könnte man alles machen. Haben wir jetzt aber nicht, weil ich ja mit euch zusammen aufgebaut habe, was wo ist. Und dementsprechend... Nein. Pinseln wir das jetzt mal her. So, könnt ihr euch ja auch pinseln, weil dann wisst ihr auch immer, was was ist. Ja, blaue Seite. So, das ist die blaue Seite. Hier ist die kalte Seite. Also der Ausgang, der Ausgang der Klimaanlagen ist die kalte Seite von den blauen. Und der Ausgang der roten Klimaanlage, das ist dann die heiße Seite. Ich mache hier mal noch ein paar Dings hin, dass ich hier nicht immer so rumstiefeln muss. So, so ist besser zum Laufen. So, und jetzt haben wir noch unsere rote Büchse, die euch, glaube ich, hinten hingeschmissen. Ich weiß es nicht mehr. Wir machen eine neue. Wir machen eine neue. Spray Paint heißt das Ganze in rot. Auch da werden wir wahrscheinlich zwei Büchsen brauchen. Aber das ist für euch dann besser zu erkennen, was was ist. Wie sagt es, da kann man jetzt mal kurz abschalten und kann nebenbei mal schnell noch sich die Haare füllen gehen. Dauert ja immer ein bisschen das Malern. Ja. Aber auch das solltet ihr machen, weil ihr dann auch besser erkennt, was wo ist. Ja, gerade so. Ich musste das auch schmerzlich erfahren, dass man nachher am Ende gar nicht mehr weiß, was durch die Rohre durchgeht, wenn man sie sich nicht anmalt. Ihr könnt ja für euch selbst Farben festlegen. Bei mir ist zum Beispiel immer H2 ist bei mir rot und O2 ist grau und CO2 ist bei mir weiß. Ja, so könnt ihr euch ja festlegen und könnt das ja im Prinzip so machen, wie ihr wollt. Ja. So. Hammer. Nein. Das war die falsche Taste. Den brauchen wir noch. Bopp. Typisch das. So, jetzt haben wir erstmal die kalte und die heiße Seite angemalt und ich habe euch ja gesagt, wir brauchen noch einen gemeinsamen Pipe Analyzer, der quasi uns irgendwelche Daten zur Verfügung stellt. In dem Fall ist das hier einmal die heiße komplette Seite und einmal die kalte komplette Seite. Die beiden Pipe Analyzer brauchen wir auch noch. Die male ich jetzt auch nicht an, damit wir wissen, das sind halt entsprechend andere Pipe Analyzer. So, und das System ist jetzt im Prinzip schon aufgebaut. Jetzt müssen wir das nur noch verkabeln. Das würde ich dann jetzt mal schnell mit Pause machen, damit das für euch nicht so anstrengend wird. Was ich nur noch mal zeigen will, ist, ihr braucht vier blaue und eine rote oder zwei blaue und eine rote. Also die Einschüpplösung sind zwei blaue, eine rote. Dann ist die Kühlleistung, ja geht so. Und mit zwei Schüpplösung ist dann vier blaue, eine rote. Die vier blauen stehen alle in der gleichen Richtung. Und die rote ist umgedreht. Am Ausgang jeweils der Klimaanlagen haben wir einen Pipe Analyzer und eine Volumenpumpe. Und da kontrollieren wir noch mal. Die Volumenpumpen stehen auf 10 Liter am Ausgang. Alles, was am Ausgang ist, steht auf 10 Liter. Ja, das ist richtig. Und alles, was am Eingang ist, ja, am Eingang ist eine Volumenpumpe. Die müssen alle auf 0 stehen. Das ist wirklich wichtig, weil das sind nachher unsere Regelpumpen. Und die regeln das Ganze dann nachher. 10 Liter und die steht auf 0. Ja, haben wir also alles richtig gemacht. Das ist die heiße Seite und das da drüben ist die kalte Seite. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das überhaupt, das Closed-Loop-System? Nun, wir werden jetzt gleich dann, wenn ich die Kabel dann nach der Pause fertig habe, werden wir hier Gas einfüllen. Und dieses Gas wird von diesen Klimaanlagen, die wir übrigens auch noch einstellen müssen, wir stellen diese Klimaanlagen jetzt auf minus 200 Grad. Start an, aus. Ja, minus 200 Grad. Muss man ein bisschen klicken. Start an, aus. Ich weiß nicht, ob C-Bulba inzwischen diesen Code geändert hat, dass die Klimaanlagen automatisch gesetzt werden. Aber für den Fall, dass das in seinem Code nicht drin ist, einfach mal machen. Ja, früher hat er das in seinen Tutorials auch so gezeigt. Easy. So, Start an, aus. So, bei der heißen Klimaanlage, die stellen wir natürlich auf plus 200 Grad. Ist ja klar, die soll ja noch heizen. Und da werdet ihr lachen, weil ihr euch natürlich fragt, was machen wir hier eigentlich? Heizen, kühlen? Hä? Wieso plus 200, minus 200? Nun, ich zeige es euch nochmal aus dem Himmel. So. Das ist unsere Closed-Loop-Anlage. Das bedeutet, wir haben hier unten die kalte Seite und hier oben die heiße Seite. Die Klimaanlagen, die blau sind, werden das heiße Gas, was hier drin ist, nehmen und werden es die ganze Zeit abkühlen. Die werden es abkühlen, die werden es abkühlen, die werden es abkühlen. Und dann pumpen sie es hier rein. Hier wird es kalt, da wird es heiß. Um es hier kalt zu machen, muss es hier heiß werden. Um es hier heiß zu sein, muss es da kalt werden. Ja, die Energie muss ja irgendwo herkommen. Die kommt ja nicht aus dem Nichts. Die rote Pumpe, die macht noch was richtig Krankes. Die nimmt sich nämlich diese kalte Luft und heizt die nochmal auf. Das heißt, die heiße, die 200 Grad rote heiße Klimaanlage möchte diese Seite hier, diese rote Seite aufheizen. Und um diese Seite aufzuheizen, benötigt sie Energie. Und die entzieht sie diesem blauen Kreislauf. Und das ist eine der wichtigsten Pumpen, die rote. Ohne die funktioniert das Ganze nicht. Weil die kühlt es noch weiter runter, als die es eigentlich können. Ja, also die könnten, die kühlen es so bis, ja, 70, 60 Kelvin, schaffen die wohl. Und die könnte das nochmal locker toppen, die könnte noch weiter runter. Ja, also ihr werdet nachher sehen, ihr werdet nachher wirklich hohe Minusgrade erreichen. Ja, so. Okay, also, die Funktion ist soweit erstmal klar, denke ich. Wir werden hier noch schnell ganz fix mal noch eine Befüllung anbauen, damit wir hier easy peasy befüllen können. Dazu nehmen wir einfach ein Active Vent. Wie gesagt, ihr könnt da Gase nehmen, die ihr schon habt. Es macht natürlich Sinn, Gase zu nehmen, die auch schon ein bisschen dafür bekannt sind, dass sie gut die Wärme leiten. In dem Fall wäre X der beste Kandidat. Und danach kommt gleich CO2, das heißt, ihr könnt danach dann gleich CO2 hier aus der Marsatmosphäre fangen. Wie gesagt, habt ihr X, nehmt das, ansonsten CO2 und dann geht es immer so weiter. Ja, so. Ich mache jetzt eine kurze Pause für euch, geht das Video sofort los, äh, sofort weiter. Ich verkabel das Ganze jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, für euch ist ja jetzt nicht viel Zeit vergangen, ähm, aber ich habe jetzt schon mal hier verkabelt, ja. Ich habe hier den Active Vent versorgt, also ich zeige euch das mal. Hier hinten stehen unsere RTGs, ja. Ihr müsst keine Heavy Cable nehmen. Die Anlage kann auch mit normalen Kabeln betrieben werden, weil sie ja nicht mehr als 2 kW aufnimmt. Es kann aber sein, dass sie beim Startbetrieb, äh, mehr Strom braucht und dass euch dann die Kabel, die Kabel, die Kabel, genau, die Kabel durchfeuern. Also, baut sie mit Heavy, dann seid ihr safe. Prinzipiell würde aber auch eine normale Verkabelung reichen. Aber wie gesagt, im Falle eines Falles, wenn die Anlage irgendeinen Schmuh macht, dann, äh, 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 steht er da. Ja, dann wisst ihr nicht genau, äh, warum es passiert und was da passiert. Und vielleicht brauchen sie mal ein paar Mol oder es gibt wieder einen Bug im Spiel. Dann fackeln euch die Kabel ab und ihr wisst wieder nicht wo, also macht's mit Heavy. So, das sind unsere RTGs und wir haben alles angeschlossen. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen anfangen, die Sachen zu beschriften. Es ist wirklich wichtig, dass ihr Sachen beschriftet, weil sonst finden wir das alles nicht wieder. Und wir können das Ganze dann auch nicht, ähm, ordentlich betreiben, wenn wir das Ganze nicht ordentlich einstellen. Ja, also werfen kann er schon, konnte er schon immer gut. Oh, hat sich sogar aufgeklappt. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen jetzt mal einen Labeler. Oh, warte. Da haben wir einen Labeler, den brauchen wir mal auf jeden Fall. Der ist ja in dem Kit noch nicht dabei. Den müsstet ihr euch ja in einem Dings bauen. Ähm, im Tool Dingsbums hier. Im Tool, ähm, Toolmaker. Wir werden jetzt mal hier einmal die Batterien benutzen. Genau, alles klar. Da habe ich jetzt eine Nuklearbatterie, die wir zwar nicht brauchen, aber ja, wir brauchen ja Energie. So, jetzt wird's auch wieder hell, dann wird's einfach. So, jetzt fangen wir ans Beschriften an. Und wir fangen jetzt mal hier auf der heißen Seite an. Auf der heißen Seite nennen wir erstmal das ganze Ding PA, Hot, für Pipe Analyzer Hot, C, Complete. Ja, das ist der Pipe Analyzer, der die komplette heiße Seite misst. Dann muss der hier heißen, Pipe Analyzer Called C. Das ist der auf der kalten Seite für Complete. Ich halte mich da ein bisschen an die Konformität vom C. Bulma, der das Ganze programmiert hat. Aber im Prinzip könnt ihr das benennen, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch Pferdeapfel nennen. Funktioniert genauso, wenn ihr wisst, was Pferdeapfel ist. Ja, so. Dann müsst ihr gucken, diese Pumpen mit den 10 Litern, die hier auf 10 Liter stehen, wartet so, die da, die beschriften wir nicht. Die brauchen wir auch gar nicht. Die bleiben so, wie sie sind. Sie haben Strom. Die sind aus. Ja, ihr lasst die alle schön aus. Und stellt die auf 10 Liter. Das ist alles. Ihr müsst das nicht irgendwie, die benutzen. Diese hier am Ausgang, die bleiben so, wie sie sind. 10 Liter, nicht anmachen. Das Einzige, was wir wissen müssen, sind die Pipe Analyzer und die Steuerpumpen. Ja, die Volumenpumpen am Eingang. Das sind unsere Steuerpumpen. Und da ist es im Prinzip ganz einfach, wie wir die benennen. Das hier ist AC Cold 1. AC Cold 2, AC Cold 3, AC Cold 4. Also AC, Klimaanlage quasi. Klimaanlage 1, Klimaanlage 2, Klimaanlage 3, Klimaanlage 4. Deswegen nennen wir das Ding hier Volumenpumpe, Volumenpumpe 1. Wir nennen die Volumenpumpe 2. Das Ding nennen wir dann Volumenpumpe 4. Man spars natürlich 3. Volumenpumpe 4. Auf der anderen Seite benennen wir den Pipe Analyzer PA 4. Ja, ist ja 4. Hier ist Volumenpumpe 4, PA 4. Dann muss das hier sein, PA 3. Dann muss das hier sein, PA 4. Nein, natürlich 2. Und das hier muss sein, PA 1. Ich glaube, ihr habt das System verstanden. Nicht wahr? Hammer. Die Pumpen lassen wir, wie gesagt, so. Die bleiben auf 10 Liter und wir fassen sie nicht an. Die haben wir beschriftet. Die haben wir beschriftet. Brauchen wir auch nicht anmachen. Können alle ausbleiben. Und jetzt müssen wir auf der heißen Seite hier hinten. Hier müssen wir nochmal gucken. Das hier ist unsere Hotpumpe. Und das hier ist unser Pipe Analyzer Hot. Die Pumpe, auch die bleibt bei 10 Liter. Auch die fassen wir nicht an. Wir benennen es einfach PA Hot. Dann wissen wir, das ist der Pipe Analyzer Hot. Nicht Hot C. Ja, das ist Hot. Und das hier ist die Volumenpumpe Hot. Dann wissen wir, das ist die Volumenpumpe auf der heißen Seite. Zum heißen Gerät. Man könnte die jetzt natürlich anders benennen, um die ein bisschen besser zu finden. Denn bei den IC10-Codes von Cebulba heißen die nicht so. Aber ich sage euch, wo ihr es anschließen müsst. Das ist echt nicht schwer. So. Damit haben wir alles beschriftet. Das heißt, die 0 Liter heißt VP Hot auf der heißen AC. Und das Ding heißt PA Hot auf der heißen AC. Die anderen heißen, das ist dann PA Hot C für Komplett. Also Pipe Analyzer heiße Seite. Pipe Analyzer kalte Seite. Klar könnte man die jetzt auch PA heiß K nennen. Also Pipe Analyzer heiße Seite komplett. K schreibt man komplett. Aber ja, da das ja vielleicht möglicherweise auch noch von anderen Leuten hier sehen wird, ist das immer ganz gut, dass wir das auch ein bisschen denglisch machen. So, hier haben wir unsere drei Chips. Diese drei Chips haben auch eine Aufgabe. Ja, in dem Fall müssen wir sie auch beschriften. Das hier wird das IC Housing Main. Das ist der Hauptchip. Der macht alles. Das hier ist der IC Cold 1. Der IC kalte Seite 1. Weil der steuert den heißen und der die kalten. Und da war, also wenn wir jetzt quasi eine rote und zwei blaue hätten, würden die beiden Chips ausreichend sein. Der macht den heißen und die ganze Rechnerei. Der macht die kalte Seite. Da wir jetzt aber eine große Anlage bauen mit vier blauen, nehmen wir noch einen zweiten Chip dazu. Dieser zweite Chip heißt dann IC Cold. Na, 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 wie heißt er? IC Cold Fert. Fert, Fert. Schreiben wir Fert. Fert schreibt man natürlich nicht mit F. Wissen wir. IC Cold 2. Na klar, ihr habt recht. IC Cold 2. So, ihr könnt euch die auch noch anmalern, wenn ihr wollt. Ich maler mir die nicht mehr an, weil ich weiß ja, welcher welcher ist. Aber ihr könntet den jetzt auch zum Beispiel rot machen und die blau. Dann wisst ihr, ah, das ist der rote und das sind die blauen. Und ich kann ja mal für euch so tun, als würde ich jetzt hier rot und blau nicht unterscheiden können. Deswegen holen wir uns jetzt mal unsere Farbe wieder und malern die doch mal an für euch. Rot, blau, blau. So, das ist der rote. Das sind die beiden blauen. Habt ihr eine rote und zwei blaue, reicht ein roter und ein blauer Chip. Habt ihr eine rote und vier blaue, das ist immer ein Set, habt ihr die. Ihr könntet jetzt auch noch vier blaue dazu bauen und noch einen blauen Chip da dran bauen und noch einen blauen Chip, weil der Code auf dem blauen Chip ist immer der gleiche. Dann bräuchtet ihr aber eine zweite rote. Also eine rote kann so vier bis, ja, aha, ja, also acht, hab ich noch nicht probiert. Aber vier blaue kann eine rote versorgen. Denn ihr müsst ja bedenken, das was die blauen jetzt hier rüberpumpen auf die kalte Seite, das muss der rote ja auch wieder zurückpumpen. Und wenn die blauen zu stark sind und der rote da nicht mehr gegenhalten kann, Problem. Ja, aber ich glaube, ich glaube, ihr könnt hier schon einiges noch an blauen dranhängen. Müsst ihr mal ausprobieren. Probiert es mir aus und sagt, was passiert ist. Hier haben wir einen Lever, einen Schalter, den brauchen wir auch. Schalter an heißt, Anlage läuft. Schalter aus heißt, Anlage läuft nicht. Ja, könnt ihr auch wieder ausschalten, wenn ihr das wollt. Dazu haben wir hier einen Computer, um jetzt einfach auch mal das Ganze zu programmieren. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Klimaanlage, genau, die Befüllung starten. Das dauert ja ein bisschen, dann haben wir nachher schon Gas. Ah, aber der läuft wieder verkehrt rum. Chrissy kann das wieder richtig gut. Und jetzt lassen wir das Ding einfach mal bollern. Der kann hier einfach Marsatmosphäre rein saugen. Ja, okay. Wir füllen immer die heiße Seite, haben wir gesagt. Dann macht es das Ganze ein bisschen einfacher. In der Zeit können wir uns schon mal den Code raussuchen. Und da suchen wir hier mal den Mainchip raus. Und gucken wir mal in der Library. Und in der Library haben wir hier irgendwo, zwischen meinen ganzen Schnattern, haben wir hier AC Hot von Cebulba. So heißt er. Könnt ihr einfach im Ding suchen, im Workshop. Muss ich jetzt nicht verlinken. Findet ihr wirklich einfach bei Steam, bei Stationiers oben, unter Workshop klicken. Da findet ihr die Codes. Die kuppeln wir rein. Sagen Override und sagen Confirm. Und das Ganze brennen wir jetzt auf den Mainchip. Ich drücke immer dreimal. Muss man nicht. Aber ich mache es. Dann schnappen wir uns Cebulba AC Cold All. Verschreiben das Ganze. Ja, das ist dann für die alle kalten. Das ist immer das Gleiche. Ja. Für jeden kalten Chip. Export. 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 Braucht ihr nicht dreimal klicken. Das ist so eine Art von mir. Und AC Cold bekommt auch dreimal den gleichen Code. Wie gesagt, einmal reicht. Ich drücke immer dreimal. Ich bin halt ein Freak. Das ist so. So. Programmierung ist abgeschlossen. Alles funktioniert. Alles sollte gehen. Jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Sachen beschriften. Das werden wir auch gleich machen. Nachdem ich hier kontrolliert habe, wie viel Gas wir hier schon drin haben. Oh, ein Megapascal haben wir schon. Das ist doch schon sehr schön. Also da sollten wir so 5. Ja, 5 Megapascal sind eigentlich eine gute Zahl, sage ich mal. Dann ist sie nicht ganz so träge und auch nicht ganz so schnell. Also ihr müsst ja bedenken, die Anlage ist etwas träge. Die braucht ein bisschen, bis sie Kälte erzeugt. Aber wenn sie sie dann erzeugt, dann macht sie das auch richtig gut. Und ihr dürft aber auch nicht vergessen, so eine Klimaanlage kann jetzt in dieser Closed-Loop-Konfiguration, kann jetzt nicht alles instant kühlen. Also ihr könnt jetzt nicht auf den Knopf drücken und habt minus 200 Grad. Das funktioniert nicht. Diese Anlage braucht ein bisschen Zeit. Sie kann aber, und das ist eigentlich der Trick, sehr viel Energie transportieren. Viele glauben immer, wenn sie so YouTube-Videos sehen und Klimaanlagen-Videos und da hat einer eine Klimaanlage aufgestellt, so wie wir das hier am Anfang des Videos gesehen haben. Dann hat der einen Raum und der kühlt diesen Raum innerhalb von 3 Sekunden auf 200 Grad minus runter. Dann sagt ihr euch, oh geil, die Klimaanlage ist geil, geil, geil. Jetzt baut ihr das Ganze auf und jetzt wollt ihr damit irgendwas kühlen und stellt fest, oh ja, die minus 200 Grad haben wir. Aber sobald ich in diesen kleinen Raum mal Energie reinbringe, also Wärme, dann, oh scheiße, das ist jetzt plus 20 Grad, plus 30, plus 40, plus 50. Ich denke, die Klimaanlage kühlt das auf minus 200 Grad runter. Naja, nee. Die Klimaanlage hat ja nur einen bestimmten Energietransfer pro Tick, also einen Wärmeenergietransfer pro Tick sozusagen. Und damit sie eben effektiver wird, benutzen wir diesen Trick mit den Volumenpumpen und dem Pipeanalyzer und die Programmierung mit einem sogenannten PID-Filter. Der ist ja von Elmo entwickelt worden dann später. Und der sorgt dafür, dass dieses System sich immer ausgleicht und immer versucht, am optimalen Arbeitspunkt zu arbeiten. So nennt man das Arbeitspunkt. Und deswegen ist diese Anlage hier etwas träge, aber wenn sie dann in Gang ist, dann kühlt sie ordentlich los. Ja, also das solltet ihr mal wissen. Die hat dann auf jeden Fall Power. So, wie heiß das Gas ist, was hier reinfällt, spielt gar keine Rolle. Wir warten noch ein bisschen. Also nicht, habe ich 3, 5 Megapaskal gesagt? Nein, ich meinte 5000 Mol. 5000 Mol füllen wir da rein. Hier, 3400 haben wir schon. 5000 Mol. Nicht Megapaskal. Megapaskal hängt ja von der Temperatur. Und das ist ja für uns jetzt erstmal nicht wichtig. Ich gucke nochmal schnell. 3, 6. Ja, wir machen das mal aus. Dann können wir hier in Ruhe das Ganze mal programmieren. So, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ihr müsst jetzt erstmal alle Chips einmal anmachen. Damit jeder Chip auch sieht, was hier im Netzwerk los ist. Und jetzt machen wir das Ganze mal zusammen mit euch. Analog called C. C, das C haben wir schon mal gesehen. Das ist da hinten der Complete Pipe Analyzer. Der da hinten, der hier, der hier ist das. Der P-A-Cold C. Den haben wir extra so genannt. Das ist Code C für Complete. Das heißt, da muss der dran. Der heißt P-A-Cold C. Da wir jetzt hier nicht so viel im Netzwerk haben, geht das immer noch, das alles schnell zu finden. Ja. P-A-Cold C haben wir gesagt. Genau. P-A-Cold C. Analog Hot C. Ja, das ist der Hot Complete. Und zwar der hier. Ja. P-A-Hot C. So. Zweite Schraube. P-A-Hot C. Nicht P-A-Hot. Ja. P-A-Hot ist was anderes. Sondern P-A-Hot C für Complete. Das ist er. So. Bei Analog Hot Safe ist ein bisschen blöd beschriftet. Aber das ist der Pipe Analyzer hier auf der heißen Seite. Ja. Also am heißen Gerät, am Ausgang der heißen Maschine. Das ist der P-A-Hot. Das ist der Analog Safe. Ja. Nee. Gar nicht. Nein. Das ist doch nicht. Das ist die Volumenpumpe. Nicht die. Sondern die. Wie P-Hot. So. Und P-Hot. Das ist der Pipe Analyzer hier, der hier zwischen ist. Ja. P-A-Hot. Oh. So. Kann mich jetzt auch irren. Da irre ich mich jedes Mal. Aber wenn nicht, drehen wir sie einfach um. Ja. P-A-Hot. Genau. Ist er das? Gucken wir nochmal. Ja. Wie gesagt, auch da, äh, 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 vertüdle ich mich jedes Mal. So. Das ist der Schalter. Da muss dann der Leber hin. Ähm. Das ist dann zum Ein- und Ausmachen. Ähm. Da war er gerade. Da ist er. Und jetzt hier unten steht Ic-Cold. Ic-Cold ist der erste kalte Ic. Also in dem Fall muss das dann sein Ic-Cold 1. Muss er nochmal dran arbeiten, dass er das ordentlich beschriftet. Habe ich ihm auch schon gesagt. Macht er auch. So. Ic-Cold 1. Das ist Ic-Cold 1. Damit ist der erste Schritt fertig. Also nochmal. Der Pipe-Analyser auf der kalten Seite ist Ic-Cold 1. Äh, äh, hot-C ist der Pipe-Analyser hier auf der heißen Seite. Der gesamte Analog oder Analyzer Hot-Safe. Ach so. Ja, wartet mal. Genau. Da steht ja Analyzer Hot-Safe. Also ist das hier der Analyzer. Ja, ja. Seht ihr? Das ist, das ist meine. Das ist der Analyzer Hot. Und das ist die Volumenpumpe Hot. P-Hot. Wie Pumpe Hot. Genau. Jetzt haben wir es richtig rum. Ja, wie gesagt. Ich bringe das auch immer durcheinander. Das ist, äh, ja. Wie P-Hot ist die hier hinten. Das ist hier Wie P-Hot. Die reingeht in den Dings. Und der sorgt nämlich dafür, dass hier drinnen, wenn hier der Druck zu hoch wird, an diesem Rohrstück, dass er hier dann die Pumpe ein bisschen weiter auftritt, beziehungsweise die ein bisschen zudreht. Ja, dafür ist der da, dass hier keine Explosion entsteht. Deswegen heißt der Analyzer Hot-Safe. Analyzer. Jetzt weiß ich wieder, worum es war. Ja, also hier muss PA Hot dran und hier muss Volumenpumpe Hot dran. Schalter haben wir. IC-Cold 1 haben wir auch. Okay. Machen wir mit IC-Cold 1 weiter. Bei IC-Cold 1 seht ihr, da sind hier so ein paar Sachen, stehen hier dran und Regler und Sensor und irgendwas. Und ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil es nicht beschriftet ist und weil ihr das einfach wissen müsst, wie das jetzt funktioniert. In dem Fall machen wir erstmal das, was wir lesen können, nämlich hier unten IC-Main. Unten rechts D5 ist dieser Chip hier, also nennen wir den IC-Main. Das ist ein bisschen, ja, er wollte das alles mal ändern, hat er noch nicht gemacht. Sollte man auf jeden Fall machen, das Ganze mal zu ändern, dass wir hier IC-Main haben. So, jetzt haben wir hier einmal Sensor 1, Regler 1, Sensor 2, Regler 2. Das sind die jeweiligen Paare der Analyzer und der Volumenpumpe. Also fangen wir einfach vorne an. Der Sensor ist der PA1, ist der erste PA, den wir haben. Und der Regler ist dann der, der was tun soll, das ist dann in dem Fall die Volumenpumpe 1. Bei Sensor 2 ist es der PA2 und bei Regler 2 ist es die VP2, Volumenpumpe 2. Sehen wir den Chip jetzt mal hier nicht als Sensor 1 und Sensor 2, dann müssen wir ja mit dem Chip jetzt beim dritten weitermachen, ja, also Sensor 1 ist dann PA3 und Regler 1 ist VP3, Regler 2 ist PA4, ja, müssen wir jetzt den vierten noch anschließen und, oh, Sensor ist PA4, Entschuldigung, Sensor ist PA4 und das ist dann VP4, ist ja klar, weil der Regler ist immer die Pumpe und das ist VP4. So, jetzt müssen wir noch eine Sache machen, die wir hier einstellen müssen, da weiß ich aber nicht mehr, wie das war, deswegen muss ich nochmal ganz kurz in meinem Safe Game gucken, für euch ist jetzt aber nur eine Sekunde und dann geht es weiter, ich weiß es gerade nicht, deswegen muss ich euch mal ganz kurz auf Pause drücken und muss kurz gucken, wie das war. Bis gleich. So, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Hier muss an die erste Schraube, also an D0 vom IC Cold 1 muss das IC Cold 2 dran und so könnt ihr die dann immer weiter vertüdeln. Das heißt, hier am Main Chip kommt an D5 IC Cold 1 Kommunikation hier rüber. Hier unten kommt IC Main hin, das heißt, die Chips geben Daten wieder zurück an den Main Chip und je mehr Cold Chips ihr habt, ihr habt ja jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch vier blaue baut, braucht ihr ja noch zwei mehr blaue Chips, dann wird immer der folgende blaue Chip hier oben am vorhergehenden blauen Chip angeschlossen. Also in dem Fall kommt jetzt hier IC Cold 2 hin, also dieser hier, kommt jetzt hier an D0 und der hier bleibt frei. Hätten wir jetzt noch einen dritten blauen Chip, müsste hier IC Cold 3 stehen und hätten wir einen vierten Chip, müsste am dritten Chip hier oben IC Cold 4 stehen. Ihr habt es verstanden. Also, das ist immer der folgende Chip, der da noch blau ist und die blauen haben ja den gleichen Code und dementsprechend easy peasy. So, wir müssen jetzt dann, nachdem wir das alles eingestellt haben, müssen wir alles einmal anschalten. Das geht einfach nur darum, dass der Chip hier weiß, was los ist, ja, dass sie alle jetzt einmal an waren. Und jetzt pumpen wir hier nochmal die 5000 Mol rein, die wir haben wollen. Das können wir jetzt machen, während wir drauf gucken, müssen nicht genau 5000 sein, aber so in dem Dreh. Okay, der rote Chip bleibt immer an, der Lever ist zu, der rote Chip ist an, alles andere bleibt aus. Ja, das heißt, die Steuerung wird das Ganze jetzt automatisch anschalten und oder auch nicht einschalten. Also, der Code ist noch ein bisschen tricky. Ich will nicht sagen buggy, weil das würde die Arbeit vom André, Zebulba, würde die Arbeit eigentlich diskreditieren. Und das möchte ich nicht, denn er hat sich da viel Mühe gegeben. Und auch Elmo hat sich da sehr viel Mühe gegeben, das Ganze zu programmieren und auszudenken. Und auch Automated hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Deswegen wollen wir die natürlich nicht in Ungenade ziehen, indem wir sagen, der Code ist buggy. Das ist er nicht. Aber es ist nicht so einfach, die Sachen alle zu steuern. Und ich werde auch über den Code nicht sprechen, weil ich es selbst nicht verstehe. Und das ist auch nicht wichtig. Man muss nicht immer alles verstehen. Aber wenn man eine Closed-Loop-Klima-nahe benutzen möchte, kann man doch einfach schon einen Code nehmen, der schon da ist. Man muss nicht selber zaubern. Möchte man selber programmieren. Kann man das natürlich machen. Ist ja logisch. Muss man aber nicht. So, 4600. Na, 4600 reicht eigentlich zum Spiel noch aus. So, jetzt haben wir 5000 Moll. Wie gesagt, ob das Ganze jetzt startet, ist immer so eine kleine Geschichte. Das weiß ich nicht. Mal funktioniert's, mal nicht. Also da solltet ihr auf jeden Fall dann möglicherweise auch mal mit dem Zebulba sprechen. Oder auch, ihr könnt zu mir in Discord kommen und könnt da versuchen, dann Lösungen zu bekommen. Wir schalten einfach mal ein und wir gucken mal, was passiert. Gut. In dem Fall passiert erstmal gar nichts. Das ist richtig schön. Das ist das, was ich meine, Leute. Ja, es ist nicht immer einfach. Schalten die jetzt noch einmal ein. Wir gucken noch mal. Ah, die wird jetzt nicht eingeschaltet. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Machen wir mal die ganzen Jungs hier an. Und dann gucken wir mal, ob es damit geht. Ich weiß nicht, ob wir genug Energie haben, aber ich gehe davon aus, dass wir eigentlich genug Energie haben müssten. Wir haben hier eine Verbindung. Haben wir. Das kann natürlich sein. Ah ja, das kann natürlich sein, dass die jetzt hier noch in irgendeinem State feststecken. Okay. Machen wir die mal an. Ah ja, jetzt sind sie angegangen. So. Wie gesagt, das Spiel ist auch ein bisschen buggy. Ja, ah, State 2. State 2 ist in Ordnung. Das Spiel ist auch ein bisschen buggy. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ja, dann müsst ihr einfach noch mal ein bisschen ausprobieren. Und, äh, diese Chips müssen ihren Status erst hierhin übertragen. Das funktioniert manchmal nicht. So, State 0 und 4 heißt, sie ist aus. Und wenn wir es jetzt wieder anmachen, jetzt fahren sie auch hoch. Ja. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ja, die Anlage muss sich jetzt erst, äh, muss sich jetzt erst einstellen. Wir gucken mal hier drüben. Da sehen wir das. Wir haben jetzt hier ungefähr 4600 Mol. Und hier drüben haben wir 0,1 Mol. Das heißt, die Anlage fängt jetzt langsam an, ähm, na, jetzt macht sie gerade was, was sie eigentlich nicht machen soll. Aber wie gesagt, sie fängt jetzt langsam an, die Mol rüber zu kopieren oder rüber zu fahren. Müssen wir nochmal ausmachen. Naja, es ist nicht so einfach, das in Betrieb zu nehmen. Aber, wie gesagt, eigentlich funktioniert die Klimaanlage ziemlich gut. So, jetzt geht doch alles an. Warum die jetzt ausgehen, weiß ich nicht. Also, weil normalerweise sind die nicht aus. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erst mal warten, bis das Ganze sich hier anfängt einzustellen. Ja, wir sehen ja auch schon, die fangen hier schon an. Ah, die Temperatur ist hier viel zu hoch. Hier auch. Manchmal backen die Klimaanlagen, ja. Da bekommen wir hier kein heißes Gas. Und deswegen funktioniert das dann nicht. Aber ihr seht schon, langsam, aber sicher, laufen sie jetzt immer weiter. Ah, hier kommen noch keine Mol rein. Wie gesagt, manchmal muss man hier ein bisschen tricksen. Man kann zum Beispiel jetzt diese Pumpen hier einmal aufdrehen. Es ist nicht so einfach, die in Betrieb zu nehmen. Aber wenn sie dann läuft, dann läuft sie auch. So, jetzt fangen wir langsam mal an hier Mol rüber zu schieben. Jetzt fängt sie an. Die bleiben jetzt alle an, das ist gut. So, Stromverbrauch gucken wir uns auch mal an. Was wir jetzt hier aktuell haben. Achso, wir haben den Network Analyzer ja drin. 2,8 kW. Wie gesagt, wir haben ja natürlich noch die Einfahrphase. Da braucht die immer ein bisschen mehr Strom. Aber ihr seht schon, 2,8 kW ist ja erst mal gar nichts. Im Gegensatz zu 6 kW. Und wir gucken mal hier auf der Seite, da haben wir schon 5000 Grad. Nein, da haben wir 5,6 Grad natürlich. Aber hier haben wir schon minus 194 Grad. Da seht ihr schon. Da hat sie schon ordentlich, was ihr macht. Aber wie gesagt, die müssen sich hier erst mal einpegeln, die Pumpen. Und deswegen stellen wir die jetzt mal wieder runter auf 10 Liter. Und wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr hier Probleme habt, zum Beispiel, dass eventuell eine Klimaanlage Buggy ist, dann müsst ihr die noch mal abbauen und noch mal aufbauen. Oder diese Pumpen hier auf 100 Liter stellen. Aber nicht lange, sondern einfach nur mal zum Testen. Und am Ende wollt ihr hier, wo ihr jetzt die 73k seht, da wollt ihr nachher 73 bis, ich sag mal, er hat sie glaube ich eingestellt auf 80k. 80 Kelvin wollen wir da sehen. Ja, das heißt, die ist okay. Die hat 74 Kelvin, die ist okay. Die hat 73 Kelvin, die ist okay. Die hat 73. Okay, die Anlage läuft. Sie läuft. Jetzt macht sie das, was sie soll. Ja, 73 Kelvin. Die wird sich jetzt hochpumpen auf 200 kPa ungefähr. Hier auf der Seite, ja, 72 Kelvin. Und wir sehen, jetzt kommen auch langsam schon Mol an. 39 Mol, 40 Mol. Das heißt, jetzt fängt die Anlage an. Jetzt ist sie in Betrieb. Ja, jetzt muss sie quasi die Mol von hier drüben erstmal hier rüberpumpen und sie kühlen. Und wenn die sich angeglichen haben, das heißt, wenn von diesen 4606 Mol die Hälfte hier sind und die Hälfte hier, dann ist eure Anlage betriebsbereit. Ja, dann funktioniert sie. Und ihr seht auch schon hier, minus 99,199,1 Grad. Das ist schon mal geil. Wie gesagt, nicht wundern, dass hier manchmal Pumpen ausgehen. Das liegt einfach daran, dass die Anlage jetzt die kalte Seite erstmal befüllt. Ja, das heißt, sie gleicht jetzt erstmal aus von Rot auf Blau. Dass hier die gleichen Mol herrschen. Da wir hier befüllt haben auf rote Seite, muss jetzt erstmal die Hälfte der Mol hier rüber kopiert werden und oder rübergepumpt werden. Das dauert ein bisschen. Und wenn die Seite dann zu viele Mol hat, läuft das hier über die Pumpe wieder auf die heiße Seite zurück. Und diese hier ist eigentlich die, die nachher richtig die Power bringt. Ja, eine zweite rote bringt euch richtig viel Power. Müsste aber auch entsprechend steuern, das Ding. Ja, kann man aber alles machen. Kein Problem. Wenn ihr verstanden habt, wie es geht. So, 114 Mol, 116 Mol. Das heißt, das Ding scheppert jetzt los und wir gucken mal hier auf der heißen Seite. Da sind wir schon bei 11 Grad. Das heißt, ihr werdet dann irgendwann sehen, dass die Klima, die Closed Loop dann richtig, richtig heiß wird. Sie muss jetzt erstmal die Mol transportieren. Das ist die Einfahrphase. Da habt ihr Zeit. Da lasst ihr das Ding einfach erstmal so, wie es ist. Nehmt keine Hitze ab, nehmt keine Kälte ab. Lasst sie einfach erstmal laufen. Ja, wir gucken nochmal nach dem Stromverbrauch. Weil jetzt läuft sie nämlich so, wie sie soll. Gucken wir mal, was haben wir? 2,1 kW. Wie ich euch versprochen habe. Wenn ihr hier die 2,1 kW seht, dann läuft eure Anlage richtig. Dann läuft sie korrekt. Ihr seht also, die Anfahrphase war ein bisschen tricky. Das heißt, Rotenschip an, den Blauen einmal an, den Blauen einmal an, die beiden Blauen wieder aus, Lever hoch. Sie macht nichts. Chips raus, Chips wieder rein. Hakt manchmal. Ist das Spiel. Ja. Lever wieder runter, Lever wieder hoch. Und dann klappern die Pumpen hier ein bisschen rum. Und wenn ihr dann seht, dass hier nichts passiert, dann dreht er hier die Pumpen mal auf 100 Liter auf, so wie ich das gerade gemacht habe. Ja, die 10 Liter Pumpen. Und dann lasst er das mal kurz ein bisschen laufen, so wie wir es gerade gemacht haben. Könnt ihr nochmal zurückspulen und genau euch angucken. Und dann drehen wir sie wieder zu. Denn wir wollen diese Pumpen immer auf 10 Liter haben. Diese Pumpen haben ein Bewandtnis, dass hier nämlich was entsteht, ein Raum, wo die Klimaanlage dann denkt, hier wäre jetzt eine niedrige Atmosphäre, und dann drückt die richtig Power raus, aber bei wenig Stromverbrauch. Und das wollen wir ja. Deswegen ist diese 10 Liter Pumpe hier wichtig. Diese Pumpen haben wir auf 0 gedreht. Ja. Die stehen aber gar nicht auf 0. Denn, das ist nämlich etwas, wo ihr auf jeden Fall eure Finger von lassen sollt, diese Pumpe, wo wir jetzt eigentlich falsche Taste drücken, diese Pumpen sind nicht bei 0. Diese Pumpen arbeiten aktuell gerade in einem Bereich, den ihr nicht sehen könnt. Ihr seht hier unten, die hat eine Ratio und ein Setting. Und das Setting, das ist das, was jetzt vom PID-Regler gesteuert wird. Ihr seht, wie träge das ist. Ja. 0,2, 0,257, 8, 9, 0,26. Das ist jetzt die Regelung. Das bedeutet, diese Pumpen regeln sich irgendwann ein, um quasi diesen Kreislauf, diesen Loop, und deswegen heißt das Closed Loop, diesen Loop zu betreiben. Diese Pumpen dürft ihr niemals anfassen. Da stehen die auf 0. Das sieht nur so aus. Die sind nicht 0. Ja. Die haben 0,279 hat die jetzt gerade. Ja. Und ihr seht auch, die wird das auch haben. Ja. Die ist schon weiter. Die ist schon bei 0,28. Die ist bei 0,29 und die ist bei 0,296 und die hier ist aus. Die steht auf 0. Ja. Weil die muss ja noch nicht pumpen, weil wir wollen ja erstmal die heißen Gase hier rüber haben, damit wir hier ein ausgeglichenes System haben. Also. Ausgangspumpen bleiben immer auf 10 Liter, außer ihr habt Startprobleme, wie wir gerade. Eingangspumpen niemals anfassen. Die stehen zwar auf 0, das sieht nur so aus, weil die Leute rennen dann rum und sagen, oh, die steht auf 0, das kann ja gar nicht funktionieren. Nein, die stehen nicht auf 0. 0,3. So. Ihr werdet da irgendwann 1 Liter sehen. Irgendwann. Und dann seht ihr, da wird die sich irgendwann einpegeln. Und dann ist eure Anlage eingefahren. Die bleibt auch auf 10 Liter stehen. Unbedingt. So. Und damit läuft eure Anlage. Ich kann das jetzt noch mal ein bisschen laufen lassen, das Ding. Und wenn die dann gute Temperatur hat und sich ausgepegelt hat, dann werde ich mich noch mal. Also bis gleich. So, liebe Community. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo auch die Pumpe an der heißen Seite anfängt zu pumpen. Das heißt, die Gase haben sich ausgeglichen. 2.346 Kilomol und hier haben wir 2.276. Also es ist fast fertig. Und wenn die dann anfängt zu pumpen, das ist so ein bisschen ein Zeichen, diese hier vor der heißen Klimaanlage, dann könnt ihr loslegen. Dann hat sich alles ausgeglichen und dann funktioniert die. Und wenn ihr hier mal guckt, die hat sich ungefähr so bei 90 hat sie sich eingeschwungen. Die hat sich auch bei 90 K eingeschwungen, die auch und die auch. Dann ist alles okay. Dann läuft die Anlage so wie sie soll. Wenn diese Pumpe angefangen hat zu pumpen, da hinten vor der heißen AC und wenn die hier 90 K anzeigen als Temperatur. Manchmal spinnt eine Klimaanlage rum und zeigt hier mehr als 90 an. Klimaanlage abbauen, wieder hinbauen. Ausmachen, Klimaanlage abbauen, wieder hinbauen, nochmal neu machen. Manchmal backen die, das ist leider so. Wichtig ist, dass sie auf minus 200 Grad stehen, Start ausmachen. Und die steht auf plus 200 Grad, Start ausmachen. Beim Anfang. Wir haben das ja zusammen gemacht, habt ihr ja gesehen. Wenn nicht, nochmal zurückspulen. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann sehen wir, wir sind bei minus 212 Grad und die Temperatur fällt immer weiter. Und auf der heißen Seite sind wir jetzt schon bei 232 Grad plus. Das bedeutet, ihr könnt die heiße und die kalte Seite jetzt schon benutzen, um damit irgendwas zu machen. Wichtig ist, dass ihr nicht eure Rohre hier dran anschließt. Dieses Close-Loop-System bleibt komplett unberührt. Das Einzige, was ihr machen dürft, ist, einen Heat-Exchanger nehmen und euch an die heiße oder kalte Seite ankoppeln. Ja, also zum Beispiel, wir haben jetzt hier ein Gas-Gas. So. Ja, den dürft ihr jetzt quasi hier ankoppeln. So. Und dann dürft ihr euch hier jetzt ein Rohr klauen und dürft das hier nach so ankoppeln. Und das mache ich jetzt natürlich für euch, kann ich das jetzt machen, aber machen wir jetzt nicht. Wir würden jetzt quasi hier noch ein Rohr dran bauen. So. Und bauen. Wir machen es jetzt doch mal. Wir schließen uns jetzt mal hier an. So. Jetzt haben wir natürlich wieder das Verhältnis zwischen den Gasen gestört. Das heißt, zwischen Rot und Blau haben wir das gestört. Das heißt, er muss jetzt wieder versuchen, weil der Raum hier hat sich ja vergrößert durch den Heat-Exchanger. Ja. Haben wir hier 2343 und hier haben wir 2280. Ja. Die tüdeln noch. Die tüdeln noch. Die ist schon bei 2 Liter hier und die anderen sind bei 1 Liter, wie ich euch gesagt habe. Die bleiben bei 10 stehen. Und jetzt könntet ihr hier auf der kalten Seite Gase abnehmen. Das wäre kein Problem. Könntet ihr einfach machen. Ja. Ihr könnt da jetzt eure Gase durchleiten. Das ist Output 2, Input 1, Pipe Input, Output. Ja. Also so habt ihr jetzt quasi euren Anschluss. Ihr könntet jetzt hier auch euer Wasser dran anschließen, wenn ihr jetzt also einen Wasser-Heat-Exchanger nehmt und auf der heißen Seite genau das gleiche. Ja. So, das belasst ihr. Ihr werdet niemals hier an dieses Rohr irgendwas anderes anschließen als diesen einen Heat-Exchanger und auf der heißen Seite auch nicht. Denn alles, was ihr an diesem Rohrsystem ändert, sorgt dafür, dass eure Eryklimanlage nicht mehr funktioniert. Ja. Also, wenn ihr hier Kälte abnehmen wollt, schließt euch so an. Wenn ihr Wärme abnehmen wollt, schließt euch genauso an, nur warm. Ja. Auf der warmen Seite. Wir gucken nochmal. 247 haben wir schon. Und hier haben wir minus 228 Grad. Und jetzt kommen ja wieder die Unkenrufe, die sagen, ja, ja, Chris, du hast doch aber erzählt, wenn ich jetzt diesen kleinen Raum mache mit einer Aktienanlage, da habe ich auch minus 300 Grad und dann funktioniert das super geil. Ne, eben nicht. Denn das Ganze hier ist viel effektiver, viel stärker, viel krasser, aber auch träger. Ja, weil es ist halt eine große Anlage. Aber die hat viel mehr Kapazität, was die Kühlung betrifft. Also die kann richtig gegenhalten. Man kann das Ganze auch skalieren, indem man zum Beispiel jetzt acht blaue nimmt und zwei rote. Oder man kann diese selbe Anlage, so wie sie jetzt hier ist, eins zu eins, hier daneben, nochmal hinbauen. Dann darf man die aber nicht verbinden, sondern man muss die extra bauen. Baut man die extra. Man kann die auch verbinden, man kann auch wie gesagt acht blaue und zwei rote nehmen oder 16 blaue und vier rote kann man auch bauen. Das wird eine unfassbar krasse Anlage. Man kann das System immer erweitern. Man muss einfach nur immer für jede rote braucht man einen roten Chip, einen Main und für jeweils zwei blaue braucht man einen blauen Chip. Und das ist immer AC hot, AC cold. Die zeige ich euch hier nochmal. Wie gesagt, die Codes findet ihr auf jeden Fall. C-Bullbar AC cold all Version 3. Wichtig, Version 3 hat verschiedene bei sich drin. Müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtig runterladet. Und AC hot. Mega Freeze. Die Manlage mit zwei EC erweiterbar auf drei. Zwei ECs, habe ich euch ja erzählt. Zwei ECs bedeuten, also hier zwei ECs, einen roten und einen blauen, bedeuten eine rote, zwei blaue sind zwei Chips. Und mit jeder Erweiterung von jeweils zwei Klimaanlagen kommt ein weiterer Chip dazu. Das heißt, ihr könntet jetzt hier noch zwei blaue hinstellen, kommt ein dritter Chip dazu. Noch zwei blaue, ein vierter Chip. Noch zwei blaue, ein fünfter Chip. Und dann müsst ihr gucken, schafft die Rote das noch? Und wenn die das nicht schafft, dann müsst ihr noch einen Main Chip dazu bauen, der die anderen roten dann steuert. In dem Fall hier läuft das Ganze über Batch Befehle. Das heißt, ihr müsst dann schon gucken, dass er das geschickt macht. Aber am einfachsten ist es tatsächlich, diese Anlage jetzt nochmal zu spiegeln. Andersrum, also genauso zu bauen. Hier fangt ihr dann mit der roten an, vier blaue. Die drei Chips dazu, der Computer dazu. Den braucht ihr ja nur einmal zum Programmieren. Danach könnt ihr den abbauen. Und dann verbindet ihr einfach die beiden Klimaanlagen über einen Heat-Exchanger. Das heißt, ihr führt das Rohr, was ihr kühlen wollt, hier rein, hier wieder raus, rüber zur anderen Klimaanlage, da wieder raus und wieder zurück in euren Raum oder was auch immer ihr machen wollt. Das heißt, niemals die Sachen miteinander verbinden, sondern immer über einen Heat-Exchanger die Sachen verbinden, weil das ist ein Closed-Loop-System, sagt der Name, ein geschlossener Kreis. Und dementsprechend dürft ihr da nicht eingreifen. Das hier ist ein Eingriff, den ihr machen dürft. Alles andere bitte unterlassen. Ja, 90 Kelvin, das heißt, minus 245 Grad, die scheppert richtig los. Man könnte jetzt hier zum Beispiel noch zum Schluss, könnte man zum Beispiel mal ein Passiv-Vent hier hinbauen. Jetzt brauche ich erstmal hier meinen Lügenstock hier. So, machen wir mal so. Und hier auf der anderen Seite auch. Können wir jetzt den Mars abkühlen. Ja, können wir machen. Ginge. Ihr könnt also jetzt hier Mars-Atmosphäre reinleiten, sage ich mal. und könntet jetzt den Mars kühlen. Gucken wir mal, was hier passiert. Ah, da müssen wir hier noch uns anschließen. Wir kühlen einfach mal den Mars. Ist ja kein Problem. Können wir machen. Funktioniert nicht. Aber ich kann es euch zeigen, was hier jetzt passiert. So. Und jetzt können wir gucken, was passiert. die Mars-Luft, die ihr hier durchschickt, hat minus 106 Grad. Ja, ihr seht auch, dass der jetzt hier anfängt runterzufallen. Ja, ihr seht, die Temperatur steigt wieder. Ah, ihr seht das. Temperatur steigt. 243, 2, 1, Temperatur steigt. Wir nehmen ja jetzt Hitze ab. Oder Kälte nehmen wir jetzt ab. Und ihr seht hier, die Mars-Luft ist hier drin in diesem Rohr, die eigentlich jetzt 9 Grad hat. Ja, ist hier abgekühlt auf minus 103 Grad. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ah, das würdet ihr natürlich jetzt anders machen. 158 minus auf der Seite, 102 auf der Seite. Also, ne, mit 102 geht es hier rein und mit 8 geht es dann wieder raus. Ja, können wir hier wieder abkoppeln. Und jetzt macht die hier wieder ihre Temperatur steigt jetzt wieder gleich. Dauert ein bisschen. Ja, die muss ja jetzt erstmal hier den Waschi hier runterkühlen. Und ihr seht schon, 237, 36, 9, 8, 7. Ja, die ist ein bisschen träge, wie gesagt, aber sie reagiert dann und fängt dann wieder an weiter zu kühlen. Ja, sie kühlt dann wieder. Da seht ihr also, kann man machen. Kann man also auch mal den Mars kühlen. Auf der heißen Seite haben wir inzwischen schon 318 Grad. Diese heiße Sache könnt ihr auch benutzen. Zum Beispiel für die Furnace. Ja, kann man alles machen, kein Problem. So, das war unsere wunderschöne Closed-Doop-Anlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger. Ja, die ging jetzt ungefähr eine Stunde, zehn Minuten ging die ganze Geschichte jetzt. Ich werde jetzt noch einen kurzen Moment hier stehen bleiben, damit ich ein schönes Thumbnail habe. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder am besten kommt zu uns auf den Discord, den poste ich euch auch unten mit rein. dann könnt ihr einfach easy peasy zu vorbeikommen, können Fragen stellen zu der ganzen Anlage. Ich selber habe diese Anlage schon mehrfach aufgebaut. Die funktioniert wirklich tadellos und ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, die in Gange zu kriegen, aber ich habe euch ja gezeigt, was man machen muss, damit es funktioniert. Stromverbrauch sind ungefähr 2,1 kW. Ich würde das mit Heavies aufbauen, weil es gibt manchmal Störungen oder Probleme, dann brauchen die ein bisschen mehr und dann ist eure Leitung kaputt, also macht es mit Heavies. Aber theoretisch müsste es auch mit normalen gehen. Also, vielen Dank für dieses wunderschöne Tutorial. Ja, gerne, kein Problem, liebe Zuschauer. Habe ich gerne jemanden? Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial. Hab Fun, probiert Dinge aus und explodiert ein bisschen nicht. Bis dann, tschüss, euer Chris.